Wer seid ihr und was ist eure Gründungsidee? Hi, ich bin Sebastian, Sebastian Kleff, CEO und Co-Founder von Sovety. Und ich bin Sebastian Obrier, CTO und Co-Founder von Sovety. Bei Sovety haben wir eine Softwarelösung für Industrieunternehmen, um Daten auszutauschen. Ein Beispiel ist, in der Automobilindustrie müssen die Automobilhersteller den CO2-Fußabdruck ihres Autos, also der Produktion des Autos, berechnen. Das bedeutet jetzt beispielsweise, Volkswagen muss von tausend Lieferanten Daten bekommen, um zu berechnen, wie viel CO2 hat denn jetzt die Erstellung der Tür gebraucht und der ganzen anderen Teilen. Und dafür braucht es einen Datenaustausch, automatisiert, standardisiert und eben auch sicher und souverän. Und dafür hat Sovety eine Lösung, um in der ganzen Wertschöpfungskette die verschiedenen Teilnehmer miteinander Daten austauschen zu lassen. Wie ist die Idee entstanden? Also die Idee ist entstanden in der Fraunhofer-Zeit, in der ich bei Fraunhofer gearbeitet habe. Sebastian ist ein kleines bisschen später dazugekommen, ein halbes Jahr vor der Gründung. Wir haben damals bei Fraunhofer gesehen, dass die Software stark skaliert werden muss in der Industrie. Das bedingt auf der einen Seite, dass wir Industrie-Ready-Services brauchten, wie zum Beispiel Hosting, Maintenance. Und auf der anderen Seite aber auch jemanden, der sich darum kümmert. Und genau so haben wir uns dann 2021 getroffen und haben dann den Plan ausgearbeitet für Sovety und dann Ende 2021 Sovety als Spinner von Fraunhofer ausgegründet. Wie habt ihr euch als Gründerteam gefunden? Sebastian hat schon im Thema Data Spaces seit vielen, vielen Jahren über Fraunhofer Technologie entwickelt. Ich selber über die International Data Spaces, ein Verein, auch meine ersten Befugungspunkte seit 2016 im Thema Data Spaces gehabt. Und tatsächlich war es so, dass der Fraunhofer-Institutleiter Boris Otto uns zusammengebracht hat, in dem die Idee immer weiter auch vorangetrieben wurde aus verschiedenen Organisationen. Und dann feststand, ja, wir brauchen jetzt auch irgendwann mal Gründer, die das wirklich Vollzeit vorantreiben wollen, die für den Gedanken von Data Spaces stehen und da auch Bock drauf haben, Unternehmen auszugründen. Und genau, so hat Boris uns beide zusammengebracht. Der CTO stand schon fest, ein CEO wurde noch gesucht, der es eher aus der ganzen Business-Sicht mittreibt. Und so wurden wir dann im Sommer 2021 zusammengebracht und haben dann relativ schnell auch Vollgas gegeben, alle PS auf die Straße gebracht und im Oktober gegründet. Was nervt euch am Gründen und wie geht ihr damit um? Also ich würde nicht sagen, dass es nervt zu gründen. Es gibt in Deutschland ja einige Hürden, sage ich mal, die es zu nehmen gibt. Gerade im Gründungsprozess, ja, sehr viel Bürokratie. Aber damit kommt man schon früher oder später klar. Was allerdings auch Challenges sind, ist gerade das Initialteam zusammenzubekommen, dass man das Team skalieren muss, dass man Prozesse entwickeln muss. Das sind alles so Themenbereiche, die man am Anfang eigentlich, wenn man eine Idee oder eine Vision hat, gar nicht so berücksichtigt, die dann aber trotzdem viel Zeit und auch Kraft kosten, das Team wachsen zu lassen, die richtigen Teammitglieder auszuwählen. Und genau, ja, dann das Unternehmen auch zum Erfolg zu bringen. Was ist euer größtes Learning der letzten Monate? Unglaublich viele Learnings. Tatsächlich echt schwierig, da das eine rauszupicken. Aber ich glaube, das, was wir immer mehr realisieren, ist, dass man in einem frühen Markt mit sehr viel Unsicherheit, mit einem frühen Produkt und einem jungen Team sehr agil und flexibel sein muss. So was bei uns, dass wir uns vor einem Jahr die Strategie überlegt haben, das ist der Weg, in die Richtung gehen wir und in die andere gehen wir halt nicht. Aber dann wurde irgendwie jetzt so nach einem halben, dreiviertel Jahr, dass dieser andere Weg vielleicht viel, viel versprechender ist. Gar nicht von der Marktgröße, sondern vielmehr von der Herangehensweise, wie man dann im Prinzip ein Produkt auch schnürt, wer die Zielkunden sind. Und das ist so etwas, was wir immer stärker auch lernen. Klar kann man etwas entscheiden und in eine Richtung gehen, aber sich trotzdem immer wieder zu hinterfragen, zu validieren, ist das die richtige Hypothese, die wir gerade verfolgen? Das ist einer der wichtigsten Aspekte, die man immer wieder tun sollte. Hinterfragen, ausrichten, Neuausrichtung. Die Vision, der Stern oben, der bleibt immer der gleiche, aber welcher Weg dahin jetzt genau der richtige für uns ist, das sollte man immer wieder hinterfragen und adjustieren. Wer oder was inspiriert euch? Also ich glaube, gerade wenn du in der Tech-Industrie unterwegs bist, dann inspirieren dich Größen wie Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, die nach sehr, sehr hohen Sternen greifen. Und auch für uns, glaube ich, gilt, dass wir ein riesiges Marktpotenzial vor uns liegen haben, das zu erschließen gibt. Und ich glaube, dass gerade diese Berühmtheiten es gut geschafft haben, etwas aufzubauen mit einer sehr, sehr großen Vision, die auch bei uns im Grunde voransteht. Deshalb sind das eher so die Größen da draußen, die Tech-Größen, die uns inspirieren. Auf der anderen Seite aber natürlich auch andere Gründerinnen und Gründer, die schon Teams aufgebaut haben, die größer sind als wir, also die schon diese Schritte auch selbst gegangen sind. Und ich glaube, das ist das, was uns motiviert und inspiriert, da diesen hoffentlich sehr erfolgreichen Weg auch einzuschlagen. Wo steht ihr gerade und was sind eure nächsten Meilensteine? Ja, wir haben schon viele der ersten Checkboxen erfüllt, gegründet 2021, damals zu dritt. Jetzt sind wir bereits über 20 Mitarbeitende. Wir haben eine Vielzahl an zahlenden Kunden schon letztes Jahr über eine halbe Million Umsatz gemacht. Das heißt, da haben wir schon echt mega viel erreicht. Was jetzt kurzfristig ansteht, wir wollen noch zwei, drei Personen bei uns im Team ergänzen, gerade Richtung Consulting. Das ist ganz wichtig für die nächsten paar Monate. Und Ende des Jahres wollen wir beide uns hinsetzen und auch nochmal die Strategie neu ausrichten, hinterfragen. Wie stark skalieren wir? Was ist genau der Markt? Was ist genau der Zielkunde? Und da dann eben auch ableiten, auch wie wir im nächsten Jahr weitermachen. Und das ist ein sehr wichtiger strategischer Meilenstein. Möchtet ihr noch etwas ergänzen? Ja, wie gerade schon erwähnt, wir sind auf der Suche nach neuen Teammitgliedern. Und wenn ihr Bock habt, unser Business mit voranzutreiben, gerade beim Business-Team für IT-Consulting brennt, die Verbindung zwischen Kundenkommunikation, aber auch Deep-Tech-Technologien, Daten austauschen, Use Cases mitentwickeln wollt, dann meldet euch bei uns. Und im Tech-Team, im Tech-Bereich haben wir dann eher die Richtung IT-Support, Softwareentwicklung oder Infrastruktur. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns, von euch zu hören.